Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video und heute stelle ich euch nochmal Boiling Steel vor. Das Spiel habe ich vor längerer Zeit mal in einer ganz frühen Alpha-Version getestet. Video dazu packe ich in die Infobox und unten in die Beschreibung. Schaut mal rein, wenn euch das interessiert, wie es vorher mal ausgesehen hat. Und ja, Boiling Steel erscheint für euch heute am 5.12. und für mich erst nächste Woche, da ich das Video vorproduziere. Und damit ich euch informieren kann am Release-Tag, damit ihr dann direkt zuschlagen könnt. Und ja, Boiling Steel ist ein Game, was ja in der Zukunft spielt und man soll oder man will wohl einen Planeten kolonisieren. Und die haben ja die Technik oder Technologie, den Verstand in einen Roboter zu transferieren, mit dem man dann quasi arbeiten kann. Also man braucht selber nicht mehr körperlich arbeiten, sondern kann das mit diesen Robotern tun. Man kann die dann steuern und so weiter und so fort. Und ja, dann gibt's eine radikale Fraktion, die dann dagegen ist und ein Virus einschleust, der sehr viele Roboter zur Killermaschine, ja, macht. Und ja, da fängt unsere Story quasi an. So ist das, was ich noch so im Kopf hatte und was ich so aus dem Text noch rausgelesen habe. Und ja, es ist wahrscheinlich auch noch was dazugekommen seit der Alpha-Version. Und ich würde sagen, wir lassen uns einfach mal überraschen und gehen jetzt mal einfach ins Gameplay. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So Leute, willkommen bei Boiling Steel und hier sind wir im Menü. Und schauen wir uns mal kurz um. Ah, da tanzt jemand. Hallo. Und ja, Snap-Term funktioniert auch schon mal. Wow, das sieht cool aus. Das sieht richtig cool aus. Ein bisschen kann man uns bewegen. Oh, cool gemacht. Definitiv. Okay. Also hier haben wir die Sprache, die wir einstellen können. Bisher gibt es nur Englisch und Russisch. So wie es aussieht, werden die noch nachgereicht. Ist ein Early Access Titel, von daher wird es mit Sicherheit noch nachgereicht. Und ja, wir stellen jetzt erstmal auf Englisch. Und schon haben wir hier die Sachen. Unser Menü, Settings. Schauen wir uns mal kurz in den Settings um. Drop Tools Mode. Press Grip, Release Grip. Aber wir lassen es erstmal so. Subtitles Auto. Left Hand Mode. Ja, für die Linkshänder. Auch ganz wichtig. Hier ist, ob wir sitzen oder stehen. Wir stehen jetzt erstmal. So, Controls schauen wir uns auch mal ganz kurz an. Forward Movement Mode. Head. Player Rotation. Instant. Konstant. Konstant wäre ja dieses Langsame. Also wir machen Instant. Videoeinstellungen. Okay, hier können wir natürlich noch ein bisschen höher schrauben, wie wir wollen. Jetzt für die Aufnahme lasse ich erstmal bei 100%. Ich will die Grafikkarte jetzt nicht zu sehr belasten. Was haben wir für Audioeinstellungen? Ja, hier können wir alles wieder einzeln einpegeln. So wie wir das haben wollen. Natürlich auch gut, wer die Musik halt irgendwann nicht mehr mag, macht sie weg. Wir lassen sie jetzt erstmal dran. Okay, ich würde sagen, dann joinen wir. Also das Spiel hat ein relativ langes Tutorial. Und ich werde es natürlich ein bisschen davon zeigen. Aber dann wahrscheinlich auch nachher überspringen, dass wir zum Spiel kommen. Also nicht wundern. Und ja, dann würde ich sagen, wir joinen. So Leute, wir befinden uns hier noch immer im Tutorial. Aber ich wollte noch mal ganz kurz was sagen. Also das Spiel hat einen mega Sprung gemacht, was Optik angeht. Also wenn ihr euch das Video von der Pre-Alpha anschaut. Und jetzt, das sind echt Welten. Und das sieht alles so top aus. Also es sieht anders aus als bei Lone Echo. Aber ich würde sagen, dass es nicht schlechter aussieht. Also auf jeden Fall von den Händen her, wenn ihr euch das so anschaut. Klar ist das jetzt nicht mit Lone Echo zu vergleichen. Aber trotzdem vom Look her die Hände. Es sieht echt sowas von polished aus. Wahnsinn. Okay, weiter geht's. Okay, wir sollen jetzt hier den kaputten oder infizierten Server finden und zerstören. Versuchen wir jetzt auch mal. Okay, hier ist überall Blut. Okay, das ist auf jeden Fall noch ein Mensch. Roboter. Und sobald wir eine Waffe ziehen, haben wir dieses Signal und Dash. Also Dash ist, wir können so ein bisschen da vorne sprinten, sag ich mal. Das können wir dreimal hintereinander machen. Das muss ich wieder aufladen. Boah, das sieht so geil aus. Also mir gefällt's sehr, sehr gut bisher. Wow, this is your first dead robot, Junior. Big bastard. Ah, don't worry, they disappeared. Teleportation modules are on all shells, which transfert mit critical injuries to a repair station. There, we accept and deactivate them all. Move on and be on the alert. There may be other aggressive shells. Super, wir brauchen nicht noch mehr aggressive Roboter. Was heißt das hier immer? Okay, warte mal. So. Scheint auf jeden Fall irgendein WLAN-Signal zu sein oder irgendwas. Kann ich das kaputt machen? Nein. Also WLAN-Signal haben sie hier auch echt gut hingekriegt. Wow. Hau dir ab. Vielen lustig. Also went. Okay. Jetzt wir never. Ich nehme dich an. Ich habe diese Spannet. Euicher ist leer. Ich habe diese Spannung. Ich habe diese Spannung. Ich habe das wunderbar. Also pivotal. Ich habe dasgesierto. Ich habe die Spannung. Ich habe das spannungsvoll. Ich habe das schon 다� tekrar. Also ich würde gerne dieses HUD auch ausschaltbar haben, das muss ich auf jeden Fall den Entwickler mal mitteilen. Level 4 haben wir. Ok. Ok, weiter. Weiter, weiter, weiter. Ihr kleinen Lappen. Ihr seid da, Junior. Destroi die Servers. Ok. Wie zerstören wir das Ganze? Jetzt sind wir fertig. Geh zurück zum Portal. Ok, nix, nix einfacher als das. Das könnte ein Portal sein. Listen, Junior, I have a personal assignment for you. My ex-wife is asking for help. Families of engineers on the science campus are locked in their homes by a security system. But robots can open those armored clamshells. So, you need to help these highly skilled assholes. Hm. Lauf! Ich finde es sehr stimmungsvoll, das Ganze. Richtig, richtig gut. Das ist nicht so, wie Sie das? Die Cyber-Laboratorie ist mit dem Programm für Schellen, mit dem Experimenten zu entwickeln, um die Artificial Intelligence zu entwickeln. Und die ersten случаien von Infection passieren hier. Aber die Radikler sind für alles zu schuld. Mein Artificial-Heart fühlt sich das nicht so gut hier. Back to the puddle! And after the robots deal with the station personnel, they will begin to destroy hibernation capsules with the bodies of the operators. Your real body, Junior, can be torn to pieces at any time. So now you have to save yourself. You do not need to return to the body. You can't argue with robots. Take this shell to the station and hurry up. Your time is running out. I will light your way. Our capsule, where our real human hole is. The station will be attacked. And our body is in danger. Our real body. And we are going to save our body. What? What is that? Give me a second. Oh nein. Die haben das Portal abgestellt. Some crap. Hacks Teleport Hub. It takes time to restore it. But you don't have that time. Run to the Hyperlift capsule. It will take you into orbit in a matter of seconds. Hyperlift, is that that? You're not terrible for this shell. I will light your way. Get into the Hyperlift capsule and I'll activate autopilot. You will be at the station dock in a minute. Beam me up, Scotty. Oh Leute, das Spiel macht richtig, richtig Spaß. Also jetzt schon. Allein das Tutorial. Ich bin, ich bin gerade ein bisschen geflasht. Man soll ja nicht so hypen, aber das ist geil. Rookie, are you still alive? Well, glory to the nanochips. Everything is very bad, man. They constantly lie to us. We are incomplete shit. The whole damn planet isn't shit. Full evacuation announced. The government has already left the planet. What is this? Holy crap. Okay, was ist jetzt passiert? Was ist... Wir sind... Wir sind am Arsch. Wir haben keine Waffe, nichts. Teleporter. Broken. Armory. Armory. Jawoll, Armory. Komm, komm, komm. Wir brauchen Waffen. Signal lost. Ja, klar. Der hat mich gekillt. Der hat mich gekillt. Der hat mich gekillt. Oh. Ich bin in meiner menschlichen Kapsel, also wirklich als Mensch in der Kapsel. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh, scheiße. Ich kann auch nichts machen. Jawohl, der ist wenigstens kaputt gegangen. Die central nervous system is restored. Exit hibernation mode. Situation critical. Extensive tissue damage and organ failure found. Activating artificial life support system. Launching pioneer protocol. Transferring consciousness. Okay, was passiert jetzt? Hello. Please do not worry. I transferred your consciousness to the free resources of the orbital station. While the body is recovering, you appear here in the form of a hologram. I am the neural network, of the Orpheus model orbital station. I'm your guide, equipped with a basic set of social algorithms. The virus damaged the archives, so I can't look up your name. But I do see you have a pilot license, for the engineering core robotic shells. I transferred your regeneration capsule to another cabin, in order to de-energize the empty modules. Thus directing the remaining energy to the regeneration unit. The nervous system has been restored, but there is not enough energy for the rehabilitation of the whole body. To be more precise, there are only a few hours left of available energy. Therefore, there is no time to explain. Get down there and find us energy. Now calm down. I transferred your consciousness to an empty, but still working, shell on the surface of the planet. Okay, das ging schnell. Also, da hat auch die Alpha angesetzt. Die Energie von der Station ist weg. Wir sind in Hologramm transferiert worden. Und ja, wir müssen jetzt Energie für die Station besorgen. Damit der Körper nicht stirbt. Aber dann wurde die Robots attackiert und die Inhabitanten. Before help arrived. Let's find and activate the emergency lights. This shell model contains an interface, MADIS. Multifunctional Explorer tool for integration in systems. It is implemented as a standard tablet. On the controller, there is a button for its activation. Press menu button. Nein. There are many functions to be discussed later. For now, click on the connect button near the available device. Click the button connect. Press menu button on the left joystick. Ah, okay, wir haben hier. Okay, okay, okay. Aha, da geht nen Tablet auf. Das muss man ja wissen. That's so much better. The bodies in the bags have been here since the day of the incident. Over the years, they should have turned decomposed. Aliza stuff. It is somber here and reeks of death. Aber ich kann die Taschlampe nicht nehmen, ne? Okay. Wir haben keine Waffe. Oh, es ist dunkel. Oh, es ist dunkel. I wonder how long it held back the onslaught. Redirect power from the energy barrier to lighting. Use the interface, MADIS. Connect. Okay. Das sieht schon mal besser aus. Auch wenn's da... ...dunkel am Ende ist. Wir legen die Höhlen rum. I noticed an energy pulse ahead. Behind the bridge are abandoned hangers. There should be an energy module in one of them. We will take the remnant energy from storage. Now these modules are our main goal. I can send an impulse into a substation, to direct it into orbit. That will gain us some time. Using MADIS. Connect. Tap to start energy transfer. This module is almost empty, but there is enough energy to scan the sector and hack another shell. I'm bringing you back. I must say that. Lucky for you, you are the only survivor at the station. During the incident, you were in the antibiotic capsule and it has survived. But you will soon die, if you do not get us more energy. Many years have passed since the day of the incident. I've spent them recovering from a cyber attack while keeping your capsule in working condition. It took all the energy. The station's reactor is now empty and there's no fuel anywhere. But we do have an emergency battery pack. We pump energy we find into it. The battery capacity is small, so it needs to be constantly recharged. I will help you, but you will have to do the main work yourself. Well, come on, let's get going. There is an energy signature at the shell assembly plant. It's a good start. I'm sending you there. Get ready for consciousness teleportation. We are there. In this part of the plant, the storage and auxiliary sectors join the assembly lines. At the border of the zones, there should be an energy substation. You again have shell of a cleaner. This one has no weapons or tools, so be careful. This teleport failed. But there are hundreds of thousands of such portals all over the planet. They are connected into a single network by a teleportation hub. Teleportation technology is imperfect. This network was used only for the transport of goods. Complex organisms die during teleportation. Only plants survive. This door requires an access code. Explore the room. Perhaps there is a clue somewhere. Michael, in case the virus gets here, I programmed a code on the door. I don't think the crazy shells are smart enough to find it. But when you get into your laptop to watch your dirty videos, you'll see it's locked. That's where you'll find the code. 0, 4, 5, 1. Great. The code is found. I think that in such laptops it will be possible to find a lot of useful information. Now open the door and go to the substation. And ohne Waffe. Wow. What happened here? It seems this place was stormed by a legion of robots. It seems this place. Everything is abandoned and empty. At one point, life was in full swing here. Damn it. Someone set a damn code on the door. The escape routes are cut off. Crazy shells made it through to industrial storages, and infected thousands of other robots. Then the horde broke through all the barriers. They'll be here, soon. We're going to try and get out through the ventilation. If we don't succeed, tell little Alice, that dad loves her very much. Okay. Die sind zum Ventilationsraum gekommen, weil einer die Tür blockiert hat mit dem Code und der nicht weiterkam. Access denied. Okay. Was. Hier geht's ja eh lang. Was. The substation has several power modules. Use them all. You know the procedure. You should also know that the incident activated a planetary barrier that protects the surface from orbital bombardments. It is impervious to material objects and no signals. But I found breakdowns in the geomagnetic craters of the planet. Only information signals and energy pulses pass through them. Was gefällt mir mit dem Hecken? Therefore, we can break the shells of robots. Great. Energy transfer completed. Bringing you back to the station. Beam me up. You are welcome. We have a little energy, so there's time to talk. And the most important thing you need to know, is information on the incident. And I'm not talking about a cyber attack, and crazy robots. Everything is clear about that, it was in all the news. The incident is what I call, what happened after. I watched a flash of bright light swallow the whole planet. This light reached me. After that, the broadcast ceased, and all the station personnel died for no apparent reason. It was like a weapon of mass destruction. But such a powerful and deadly weapon has never existed. Therefore, one of our main tasks is to find out what kind of device caused this, and neutralize it. I can't move into the body of the robot because these shells don't have enough internal resources to house a neural network of my complexity. Therefore, I need you. I can't force you to do anything. Of course, you are free to sit here and wait for your body to recover, and then spend a long and boring life locked up, eating protein mucus. Or you can help me figure it out. You've got to admit, we make a great team. It will be fun. If you agree to help, go to the control room. I will give you access. Great. I knew I could count on you, partner. This is our planet. Most of the infrastructure on its surface looks lifeless, but some complexes are still functioning. In those complexes, I've recorded increased shell activity. But not all of them are aggressive and crazy. Some shells have grouped together and work as a team. Most likely, they are controlled by the surviving colonists. But for reasons unknown to me, these groups are fighting not only with infected robots, but also with each other. So it's not worth counting on hospitality. In any case, you need some kind of protection. I can't break combat shells. They have a powerful firewall. Therefore, we will use the familiar models of the engineering core, with a technical tool. The tool of course, is not a weapon, but I will try to adjust it to a stressful mode of operation. When overloaded, the arc of the spark gap and the welding beam cause significant damage. A nail gun shoots nails over long distances. But that's all in theory. How about some practice? Should we start? Oh yes. Go to the control panel. Here we will plan all operations, choosing objects on the planet surface and those available to hack shells. All the information about upcoming missions you will find here. Also here you will be able to find collected data about your enemies and events of the cataclysm period. You can make upgrades and change settings right from here. Now, let's get to work. Here is our control panel. Here we can buy upgrades and so on. Here we can bring upgrades and so on. Mods, Broken Part, Manipulators, Breakage, High, Weir, and Tear, Description, bla bla bla. Would you like to start the battle? Is this menu allow you to pick up missions? First note. Okay, das ist halt nur eine Erklärung, wie das ganze Menü hier funktioniert. Wir kriegen immer nach so einer Mission kriegen wir halt Sachen, die wir freigeschaltet haben, gesammelt haben und die können wir dann hier verwenden. You should know, the shells always have two tools. I hack them so that the tool from the blue slot is effective for long range combat, and from red for the close. Remember this, the tools were hacked hastily. They're unstable, but the algorithm can be improved, allowing for the creation of new firmware. I will analyze the operation of devices at the time of their successful implementation and improve the settings as I'm able. Simply put, the more enemies you kill with a particular tool, the better the outcome will be. Let's try testing the hacked tools with something more useful. Find the energy at the center of this platform, and empty it. The enemy goes for hand-to-hand combat. Use melee weapons from the red slot. Be aware, weapons from the red slot takes the enemy off balance, and do more damage, but are limited in range. We have level 0, also we have no vision and nothing. We have to keep everything in range. Shooters ahead. Use ranged weapons from the blue slot against them. I think you'll figure out what to do next. Alternate melee and ranged weapons depending on the situation. Wir müssen definitiv da irgendwo was hacken. Cool, wenn wir auch mal so Waffen benutzen könnten. Also ich muss hier echt auf gut Glück zielen. Haben wir dich, du Schlingel. So, da war was zum hacken. Diese Laufung eröffnet die Energiebarriere. Use sie. Oh, der ist aber neu, der Kollege. Also den kannte ich noch nicht von der Alpha. Heck, heck, heck. Once completed, return to the lever. Ah, okay, da oben ist jetzt was. The levers, buttons and terminals are the same throughout the planet. They are standardized for the interaction algorithm of shells. Look for them to unlock access to blocked areas. Pay attention. The shells of the engineering core are equipped with an augmented reality interface. Above the objects available for interaction, you will see the corresponding hologram. jaaaaaki Ah! oooh- . Ichinind . Ah, Laser. Cool, also desto mehr man damit macht, desto besser werden die Waffen. Komm, komm, komm! And the cavalry has arrived. Watch out for the big guy. Everything is clear. There will be no more guests. These were virus infected shells. Such robots do not make contact. I studied a similar instance at the station after I eliminated it. Its primary directive is the search and destruction of everything that the friend or foe system does not recognize. Well, that's it. We just need to obtain the energy and leave. Great. Energy transfer completed. Bringing you back to the station. Continue sorties and improve battle tactics. Look for any information you can find and get us energy. In the meantime, I will draw up the plan for further action. Besides the energy from the last energy storage, I extracted the crypto matrix. With its help, it is possible to improve the algorithm of hacking and better revealed the potential of shells. You can use obtained crypto matrixes in the enhancements menu on the left hand side of the screen. Upgrade signal and energy. Optimization of server drive power bla 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 bla. Okay. 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 Hier wäre auch noch eine Möglichkeit, die upzugraden. Oder, ne, das zeigt uns, glaube ich, an. Wir haben ja jetzt Level 1 erreicht mit dem. Mit dem müssen wir noch. Und, äh, hier gibt es noch andere Waffen, die wir noch bekommen. Also, echt viel, was hier, äh, noch möglich ist und freizuschalten ist. Also, als erstes kleines Fazit. Also, ich bin echt geflecht. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass es so gut wird. Die Pre-Alpha macht eine relativ gute Figur, sag ich mal, für eine Alpha-Version. Aber was die jetzt daraus gemacht haben, und es ist immer noch Early Access, ist echt fantastisch. Also, ich finde, es klappt ganz gut. Natürlich muss man das Waffenhandling mögen, dass man immer hier diese Waffe rauszieht als Hologramm. Ich finde es ganz cool gemacht. Kann ab und zu nerven, äh, wenn Gegner nahe kommen und man will dann ziehen und denkt, ja, okay, man hat jetzt. Und dann schießt die nicht, weil man noch nicht weit genug gezogen hat. Ist natürlich nervig. Wäre cooler, wenn die hier irgendwo festsitzen. Oder hinten am Rücken, dass man direkt, zack, hat und fertig. Könnte man ja so machen wie bei Robo Recall, ne, da spawnen die Waffen ja auch immer neu. Das wäre eine Möglichkeit, wie man es lösen könnte. Ansonsten echt bombastisch und ich werde es definitiv, äh, ja, weiter zocken. Und, äh, ja, eure, meine Frage an euch. Wie gefällt euch das Game? Was habt ihr jetzt für einen Eindruck von dem Game jetzt hier? Einfach mal in die Kommentare schreiben. Und, ja, wenn ihr weiter dieses Gameplay sehen wollt, schreibt es bitte auch dazu. Wird mich echt freuen. Und, ja, ich sag einfach mal Dankeschön fürs Zuschalten. Und, äh, ja, vergesst das Like nicht. Abo-Button nicht vergessen, wenn ihr weiter solche, äh, Videos hier sehen wollt. Und, ja, ich sag mal bis zum nächsten Mal. Ciao. !